Ja und herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Heute geht es weiter mit einem neuen Callout. What Community College? Elefant. Es wurde eine aktive Schiesserei in einem Community College gemeldet. Die Zeit ist knapp. Handeln Sie schnell. Hört sich nicht gut an. Ähm, Südeingang, nördlicher Ausgang. Südeingang nehmen wir einfach mal. Dann lassen wir kurz schauen. All right, everybody. Settle down and listen up. We've got active shooters in the Watt Community College campus. From what we know right now, they are contained inside the science wing. But we all know that could change. We've had numerous reports coming in. And we know there are victims dead and alive. We don't have time to mess around on this one. How many shooters are there? We don't know exactly. The reports have been varied. But we do know there are at least two, but probably more. Two campus security officers are at the scene. We don't know where, but we've got their details. And one is former LSPD. Do we have contact with them? No. We got the info based on what one of the 911 callers provided, and we don't have time to waste. We need to lock down that wing and close ground on them ASAP. I want you all to be ready. We're working to see if we can find a possible location based on the calls we're getting and the rooms the callers are in. But we're moving fast. If we don't have it when we pull up, we're going in without it. What are our entry points? The science wing has three main entrances. I want to hit all three at once. We're not giving them a chance to get out once we arrive. We've got uniforms coming in too, locking down the campus and doing all the footwork. It should be obvious, but we're going in with lethal force boys. These assholes are shooting kids. My kid went to this college goddammit. Okay. Natürlich noch Fragen, aber niemand. Es wird von mindestens zwei Leuten die Rede sein, aber wahrscheinlich sind es mehr. Wir haben Anrufe und versuchen sie durch die Anrufe eigentlich. zu identifizieren, wo sie sind oder zu lokalisieren. Und wir gehen durch die Naturwissenschaftsflüge. Da hat es drei Haupteingänge und eigentlich alle drei gleichzeitig angehen. Was mit der KI natürlich ein bisschen schwieriger ist, aber gut. Berätigte gibt es niemand. Zivilisten, Jacob Blair. Officer Jacob Blair arbeitet am Watt Community College als Sicherheitsbeamter. Er war einer der beiden Beamten, die zu Beginn auf die Schiesserei reagierten. Und es gelang ihm, einen der Verdächtigen im Hörsaal zu stellen. Er arbeitete früher für die Bank als Spezialist für Sicherheitstransporter. Transporter, wo er dafür verantwortlich war, mit einem Gewehr im hinteren Teil des Fahrzeugs zu sitzen. Er war in mehreren Feuergefächten in der Stadt verwickelt, bevor er beschloss, dass es in seinem besten Interesse war, zu kündigen. Unverlässig im Gebäude befindet sich Blair wahrscheinlich irgendwo im Erdgeschoss der Einrichtung. Antonio Ibanez. Officer Antonio Ibanez ist Sicherheitsbeamter auf dem Wissenschaftskampus des Watt Community College. Er arbeitete mit seinem Partner Jacob Blair zusammen, um die Schiesserei zu beenden, bevor sie eskaliert. Er wurde in einem Schusswechsel mit zweiterschützen tödlich verwundet und in Sicherheit gezogen. Ibanez war früher Drogenfahnder beim LSPD. Er arbeitete dort 15 Jahre lang in enger Zusammenarbeit mit der Untersuchungsabteilung für Kriminalfälle. Während einem Einsatz wurde er von einem Verdächtigen mit einer Machete am linken Arm verletzt. Daraufhin gab Ibanez seine Marke ab und wollte ein ruhigeres und weniger gefährliches Leben führen, was leider nicht so gut gelang offensichtlich. Überwachungskamerafoto. Die Überwachungskamera zeigt, wie die Schützen die Chemiefakultät von der Vorderseite des Geburts aus betreten. Ich sehe da drei Leute mindestens und ich glaube, der hat auch eine Waffe. Studentenfoto von einem Studenten aufgenommenes Bild eines Schützen auf dem Flur aus dem Blickwinkel eines Kleiderschrankes. Der Schütze ist teilweise sichtbar. Er scheint eine Art Gewehr in der Hand zu halten. Nein, das können wir nicht net zoomen. Jetzt gibt es noch hier drei Notrufe. 9-1-1, das Telefon ist being recorded. Was ist deine Herausforderung? Was ist deine Herausforderung? Ich brauche Hilfe. Kannst du mir, was ist falsch? Ich stehe. Es gibt so much blood. Es gibt so viel blood. Okay, ich werde dich um, dass du sehörst. Du weißt, wo du bist? Nein, sie sind nicht. Nein, ich meine, wo du bist? Hiding. In a cupboard. They came in and just started shooting. Okay, okay, that's good. Where's the cupboard? In a classroom. You're doing great. So you're at school. Which school? What college? Please, come help me. I don't want to die. I need you to stay calm. The police are on their way, okay? They are on their way. Stay where you are. Alright, everybody. Settle down. 911, this call's being recorded. What is your emergency? I've been shot. Okay, can you tell me your location? I'm at the Watt Community College. Three guys just came into the science block and opened fire. Where are they now? I don't know. There are bodies everywhere. Please send help. The LSPD are on the way, sir. I need you to stay calm. Can you tell me how badly you're hurt? They shot me in the back. I tried to run. There's blood. And I can't. Oh, Christ. I can't move my legs. It's all going to be okay. Stay calm. Don't worry. Help is coming. Do you promise? The LSPD are in route, sir. We have paramedics coming, too. Just remain calm. And if you can, in any way, find some cover. I never told my mom I loved her. I always tell her before I leave the house. But today, I didn't. Oh, God. Oh, God. It hurts so bad. Try to remain calm. What's your name? George. Okay, George. Just stay calm. Don't make any noise or draw attention to yourself. Where are they? Who? The shooters? Are they coming back? The police? Where are they? The LSPD are on their way. I promise. But listen to me, George. You need to stay quiet. Oh, God. I'm sorry, Mom. I'm sorry. I love you. George? George, can you hear me? George? Oh, fuck. Wurde er jetzt... Wurde er jetzt... erschossen? Wahrscheinlich. Hat sich zumindest so angehört? 9-1-1. This call is being recorded. What's your emergency room? I... I need the police. You need to send the police right away. Okay, ma'am. Can I take your location? Yes. Yes, I'm at the Watt Community College campus. There's someone shooting. I don't know what's going on, but they told me to call. Who told you to call? The officers who were here. The security, I mean. They heard the shots, told me to call, and ran to help. Can I take your name? I'm Sarah. Sarah Chambers. All right, Sarah. Tell me what happened. There's someone shooting at the school. We've already got officers en route. Can you see the shooters? No. No, it's not here. It's over in one of the buildings. I'm just working at the coffee kiosk. I don't know what's going on. Uh, that's fine. It's good that you're safe. Do you know anything about how many shooters there are? No, I'm sorry. I don't know anything. The security guys were here ordering a coffee like they do every morning, and when we all heard something, it sounded like firecrackers, but far away. Hey, the security guys dropped their drinks, told me to call 911, and ran off. That's great, Sarah. You've done really well. As I said, the LSPD is en route. We don't know how many shooters there are, so could I have to ask you to immediately find shelter? I, I, I can hide here. There's, there's no one around, but please, hurry. Das Schlimme ist ja, wahrscheinlich ist das eines der realistischsten Szenarios hier im Game, weil das ja sehr oft in Amerika leider passiert. Und ja, traurig. Chemiekarte. Ibanez und Blair. Shots fired. Suspect scene. Lecture hall. Up and down, up and down. Mindestens vier Treppen. Sehr viele Türen. Current entry point, Süd-Eingang. Aber wo ist der Süd-Eingang jetzt eingezeichnet? Ich weiß doch nicht, wo das ist. Muss das immer wieder von vorne anfangen? Na gut. Ich würde sagen, wie immer rüsse ich mein Team aus. Wir müssen hier schnell und tödlich vorgehen. Aber auch darauf achten, dass wir niemanden erschießen, der im Zivilist ist. Und ja, von daher mal schauen, wie ich mein Team ausrüste. Aber wir sehen uns gleich wieder vor Ort. Bis dahin. Talk to Entry Team. Entry Team. There may be one or multiple active shooters on site. Move quickly and clear the area. Fall in behind me. Right. Da sind wir nun. Beim Campus. Ich würde sagen, wir nehmen gleich den Haupteingang. Ich versuche mich mal einfach mit einer Schrott-Friend. Ich weiss nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, hier. Einem Active Shooter. Keine Ahnung, wo der ist. Oh, der lebt noch. Arrest ihn. What the fuck? Einen haben wir schon. Ich weiss nicht, wohin, wo lang. Wir sind jetzt im Hauptgebäude eigentlich. Sorry, ganz kurz. Karte. Ich glaube, wir sind hier. Suspect 10. Front und oben. Bleib auf mich. Ich habe dir zurück. Gebe auf den Boden. Jetzt. Hände auf, mach es jetzt. Hände auf, mach es jetzt. BIRD HANDS UP NOW! DROP TO YOUR KNEES! BIRD 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 ON ME MIRD ON ME LEMME SEE THOSE HANDS! HANDS ON YOUR HEAD! NOW! HANDS ON YOUR HEAD! DO IT NOW! HANDS UP! DROP TO YOUR KNEES! DOWN ON YOUR GODDAMN KNEES! GET DOWN! NA- ZIP'EM UP! I'LL GET HIM READY! HANDS ON YOUR HEAD! We're with the police. BLUE CIVILIAN IS READY! CIVILIAN SECURE! TALK! CIVILIAN READY FOR TRANSPORT! ROGER! TRAILER'S INBOUND! OPEN AND BANG IT! ROGER THAT! RED TEAM! OPEN THE DOOR AND FLASH IT! GET INTO POSITION! BAAAH! OPENING ON THE RIGHT! POLICE! DOWN ON THE GROUND! NO DICE ON THE DOOR! GET IN THE GROUND NOW! They're opening! SHOTGUN! BANGING CLEAR! GET YOUR HANDS UP! POLICE GET DOWN! GET YOUR HANDS UP! PUT YOUR HANDS UP! OPENING ON THE RIGHT! LOCKS CLEAR OVER HERE BOSS! DOWN ON THE GROUND MOVE! DOWN ON THE GROUND NOW! ARREST HIM! Put your hands up! Down on your knees! Hands on your head! Move! Hands up! Police! Hands up! Hands up! Down on your knees! Get down on your knees! Hands up! Now! Kann man öffnen? Nee. Shit 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 shit! They play shit shit! Hands up above your head! Move in and clear! Is that unten? Go down and keep your hands up! Get down on your knees! Hands up! Police! Get down on your knees! Nothing here, sir! Move in! Get down! Police! Get down on the ground! Drop the- Das ist nichts. Hände hoch, über deine Kopfschmerzen. Entfernt die Runde und klick. Alles klar. Geh runter, ich will deine Hände sehen. Geh runter, ich will deine Hände sehen. Geh und klick. LSPD, nicht mehr, geh auf dem Boden. Jetzt, Hände hoch, mach es jetzt. Hände hoch, mach es jetzt. Hände hoch, 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 du LSPD, nicht mehr. Hände hoch, jetzt exact, nach dir. Hände hoch, jetzt. Nun, zur Nebenwirkung du siehst. Ich weiss nicht, ob das unten ist oder oben. hm das wohl? hm? Team, great work, keep going. Police, get down! Police, get your hands up! Provide support on me. Drop it and get down! Hands up, assholes, now! Drop it and get down! Put your hands up! Tie them down. Put your fucking hands up! Enter and clear. Confirmed. Go, 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 Leute! Down on the ground! Move! Down on the ground, now! Put your hands up! Down on your knees! Hands on your head! Move! Hands up! It's not me! Police, hands up! What? Hands up! Down on your knees! Get down on your knees! Open it on the right! Arrest them! Open it on the left! Got an opening here. Get down! Get down! Bring out now. Over there! Moving out. Hands up, now! We've got this under control. Holy shit! Ich weiss nicht, waren das alle? Lead the talk. Civilian cuffed and prepped for evac. This is talk. Könnte man ja theoretisch nicht wissen. Was? Bomben... Bomben drogen! Hands up! Above your head! Get down and keep your hands up! Get down on your knees! Hands up! Police! Get down! Get down! Hands up above your head! Get down! I want to see... Get down! I want to see hands! Bombendrohung! Das stimmt doch gar nicht! LSPD! Don't move! Move to my front. On route. Get on the ground! Now! Hands up! Do it now! Hands up! Do it now! Hands up now! Drop to your... Put your hands up! Ich glaube draussen ist es eigentlich eher safe als drinnen. Deploying chemlight. Hoch oder runter? On me. Oh my God. Let me see those hands! Okay, hier waren wir. Ja, hier waren wir schon. Okay, dann doch eher wieder runter. Move in. Clear the room. Good to go. Fall in. Hands on your head! Now! Hands on your head! Do it now! Okay, dann... gehen wir hier rein. Number six. Behind you. Stimmt doch gar nicht, dass da Bombe drungen steht. Das ist doch... Falsch. Okay, ich bin voll. Hands up! Drop to your knees! Talk. One wounded civilian requires immediate medical. Talk to element. Copy. Clean house and we'll take them out. Oh shit! One suspect down. Breathe. Talk reporting. Affirmative. Make them stable and proceed with me. Alter! Ich hab mein Leben schon vorbeiziehen sehen. Get down now! Cuff him! Hands on your head! Police! Down on the ground! Make them secure. Cuff him! Get on the ground now! Keep your hands up! We're in my way, sir. Police! Get down! Bomb timer is approaching zero. Hurry, Entry Team. Police! Get your hands up! Hey, Bomb timer! Da ist das Glied nicht bombe! Doch eine Bombe! Put your fucking hands up! Down on the ground! Move! Sorry, but the cuffs stay out. Down on the ground! Now! Weird! Ich dachte, es geht hier nicht um eine... Bombe! Ich dachte, es geht hier nicht um eine fucking Bombe! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Und disable any remaining bombs. Pff! Talk to Entry Team. Oh, war es nur eine? Es ist jetzt die andere Frage, ob es nur eine war. Down on your knees! Blue Team. Ähm. Ja. Hands on your head! Move! Down on your head! Down on your head! The objective has failed. This one's a watch. Fuck! Das war eine falsche... Aber... Hä? War nicht die Rede von einer fucking Bombe? Oh fuck! Holy shit! Alter! Ich bin mega erschrocken. What the fuck? Eigentlich wären alle tot. Aber ja. Weird. War nicht die Rede von einer fucking Bombe. Es hieß von einer Schießerei. School Shooting. Alter! Junge, Junge. Ich bin so erschrocken gerade. Crazy shit. Crazy shit. Äh. Kann ich machen? Nicht irgendwo? Cheap Alvarez, please call us. Cheap Alvarez, please call us. Kann ich mal nicht irgendwo? Äh. Wahrscheinlich am Ende. Ähm. Das Playthrough anschauen. Oder sind Options? Und dann war das hier. Alter, ich hab's wahrscheinlich verpasst. Ähm. Ganz kurz. Nee. Dann hätte man das vorhin wahrscheinlich machen können. Doof. Ich würde sagen. Mit dieser, ähm. äh. Bomben starken Bedrohung. Schade ich mich aus für dieses Mal. Leider lief's nicht gut. Wir waren zu wenig schnell. Ich weiss nicht, wie viele Bomben da drin sind. Und meines Erachtens hiess es nirgends, dass irgendwo Bomben sind. Weil wenn wir das gar nicht wissen können, woher oder ist das vielleicht das Random? ob es Bomben und Schiessereich gibt. Vielleicht ist das Random. Könnte gut möglich sein, weil hier steht zum Beispiel gar nichts von dem. Ah gut, mal schauen beim nächsten Mal. Lief leider gar nicht gut. Ähm. Interessanterweise haben wir noch alle Leute auch ein bisschen weird. Aber gut. Ja, dann war's das für diese Folge von RadioNot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Crazy shit. No! Somebody please help! Get back! We can still make it out of this. Drop the gun to let her go. I'm not going in! So are you ready? We can still have to have to go. Wiris x x x x Untertitelung des ZDF, 2020